Heute möchte ich dir endlich was zurückgeben und dir einen Herzenswunsch erfüllen. Denn ich weiß, es gibt da jemanden, den du sehr doll vermisst. Oh Gott! Zeit für neue Gäste und eine neue Geschichte hier im Haus am Meer. Michelle möchte jemandem ganz speziellen den allergrößten Wunsch erfüllen. Und ich kann nur so viel verraten, wir bringen gleich wieder zusammen, was zusammen gehört. Ich möchte meiner Schwester Vivi, die aufgrund meiner Lungenerkrankung viel in meinem Schatten stand, einen Herzenswunsch erfüllen. Ich habe eine schwere, unbekannte Lungenkrankheit, die sich über die Jahre hin verschlechtert hat. Mittlerweile habe ich nur noch eine Lungenfunktion von 20 Prozent und bin auch rund um die Uhr auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. Meine Schwester war immer für mich da und sie bedeutet mir einfach alles. Vivi war zum Glück nicht viel alleine, denn sie hatte eine beste Freundin, die Stina, die von uns auch schon dritte Schwester genannt wurde oder von unseren Eltern dritte Tochter. Vivi und Stina waren unzertrennlich. Die Freundschaft ging bis ins Teenager-Alter, dann ist die Stina leider weggezogen und das war sehr schlimm für uns. Also da sind sehr viele Tränen geflossen damals. Da ist für Vivi eine Welt zusammengebrochen und ich glaube, das ist bis heute noch nicht wieder gut bei ihr. Vivi und Stina möchte ich gerne wieder zusammenbringen, weil ich weiß, dass Vivi das einfach jeden Tag begleitet und beschäftigt. Und ich möchte ihr einen Herzenswunsch erfüllen, nämlich die Stina einfach wiederzusehen, wiederzufinden. Dadurch, dass ich halt so krank bin, kann ich ihr oftmals nicht das zurückgeben, was sie mir gibt und gegeben hat. Und weil ich weiß, wie sehr das meine Schwester beschäftigt und wie sehr ich mich selber auch schon reingehangen habe, Stina zu finden, ist das so das Größte, glaube ich, was uns passieren könnte, dass die beiden sich wiederfinden. Und dann ist das so richtig einfach unfassbar und ich glaube, das Schönste, was dieses Jahr passieren kann. Mein Team und ich haben es tatsächlich geschafft, die verschollene Jugendfreundin Stina ausfindig zu machen und sie ist bereits auf dem Weg ins Haus am Meer. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein Zimmer hier. Du hast ein Zimmer hier. Wie heißt du? Stina. Stina, Stina. Stina, ja. Und dann bringe ich dir zum Zimmer einen Moment. Michels Schwester Vivian hat keine Ahnung, dass sie hier Stina wieder treffen wird. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen sage ich Hallo zu meinem Überraschungsgast. Hallo, Stina. Hallo. Herzlich willkommen im Haus am Meer. Sehr schön. Wie geht's dir? Sehr gut. Bist du dir nervös schon? Ja, auf jeden Fall. Okay, naja, wir haben ja auch Großes vor. Bestimmt eine schöne Überraschung. Ja, ich bin echt gespannt. Komm erst mal in Ruhe an und dann geht's irgendwann weiter. Super, danke. Okay, tschüss. Bis dann. Jetzt checkt gleich mein letzter Gast für heute ein. Das ist Michels Schwester Vivian. Wir haben sie unter dem Vorwand hergelockt, dass wir ein Interview über die Krankheit ihrer Schwester drehen möchten. Aber in Wirklichkeit dreht sich heute alles nur um sie. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Was kann ich für euch tun? Wir sind zum Gespräch da. Wie heißt du? Vivian. Vivian, ja. Ich ruf mal ganz kurz eben Daniel, dann kommt er dich abholen. Einen Moment. Ich hab mich mit meinem Team im Hintergrund versteckt, denn wir werden Vivian gleich überraschen. Kommt dich gleich abholen. Einen Moment. Hallo. Hallo. Hi, grüß euch. Hallo. Ihr dürft einmal mit mir mitkommen. Ja. Vivian, du darfst dich einmal hier vorne hinsetzen. Vivian wusste zwar, dass wir mit ihr drehen möchten, aber sie hat keine Ahnung, um was es hier wirklich geht und vor allem, was noch kommt. Und es geht los. Hallo. 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 Hallo, Vivian. Hallo. Ich bin Julia. Hallo. Deine Mama. Wunderbare Verbündete von mir. Was denkst du, was gerade passiert? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Gerade völlig Überforderung sehe ich. Ja. So wollte ich das haben. Ich würde dich einfach mal mitnehmen. Okay. Denn ich glaube, dass es hier alles anders ist, als du wahrscheinlich gedacht hast. Okay. Okay? Komm einfach mal mit. Ja? Okay. Tschüss. Jetzt gleich kommt der große Moment für Vivian. Sie ahnt noch überhaupt nicht, was gleich passiert und vor allem, wer kommen wird. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir zusammensitze an so einem schönen Platz. Ich hoffe, du magst es. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Vivian, kannst du dir vorstellen, wer das hier alles eingefädelt hat? Vielleicht meine Schwester. Wie seid ihr beiden, deine Schwester und du? Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Wie ist das mit euch? Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Also für mich ist sie der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wie heißt deine Schwester? Michelle. Michelle. Also ich sage immer Shelley. Shelley. Ja. Warum berührt dich das, wenn du dir das überlegst, dass sie das gewesen sein könnte? Weil das so viel Aufwand ist. Und sie mich dann ganz schön gut angelogen hat. Also im positiven Sinne gemeint. Beschreib mal deine Schwester. Aus Schwesternsicht. Was ist sie für ein Mensch? Meine Schwester ist ein sehr liebevoller Mensch. Sehr lebensfroh. Sie ist für mich der stärkste Mensch, den ich überhaupt kenne. Und ich würde sagen, sie macht es aus, dass sie aus dem, was ihr Leben gegeben hat, das Beste macht. Und auch andere damit anstecken kann. Du merkst, es berührt mich gerade. Es hat natürlich einen Grund, dass mich das berührt. Deine Schwester ist krank. Ja. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, was diese Krankheit bedeutet und was es für deine Schwester auch bedeutet? Also meine Schwester ist schwer lungenkrank. Das fing halt dann so im Teenager-Alter an, dass es immer schlechter geworden ist. Sie hat halt jetzt mittlerweile ein Sauerstoffgerät, was sie 24-7 braucht. Wie sehr hat es euer Leben bestimmt und bestimmt es noch euer Leben? Auch deins? Also ich denke schon sehr, weil ja, in der Familie lernt man halt dann, sich zurückzunehmen dementsprechend, weil es einfach wichtigere Sachen gibt. Und ich glaube, so schlimm, wie das alles auch ist, dass wir vielleicht genau deswegen so eine tiefe Verbundenheit miteinander haben. Redet ihr da eigentlich offen drüber, dass es schon so war, dass du zurückstecken musstest auch? Ja, doch, da haben wir auch drüber gesprochen. Und heute Abend bist du mal in einer ganz anderen Rolle. Ja. Die Hauptperson. Ja. Und jetzt würde ich dir deswegen gerne was zeigen wollen. Okay. Guck mal da. Liebe Vivi, ich weiß, dass du meinetwegen schon sehr viel zurückstecken musstest und so einige Male schon in meinem Schatten standest. Als große Schwester und dann noch die einer kranken, kleineren Schwester, hattest du es nicht immer so leicht. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Ist sie wunderhübsch. Ihr beide seid wunderhübsch. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich eben Danke sagen kann. Einfach dafür, dass du immer an meiner Seite bist, mich unterstützt und einfach, ja, meine große Schwester bist. Was? Heute möchte ich dir endlich was zurückgeben und dir einen Herzenswunsch erfüllen. Denn ich weiß, es gibt da jemanden, den du sehr doll vermisst. Oh Gott. Oh. Das hat sie toll gemacht. Ja. Schön. Ja. Im Winter misst du sie sehr. Meine frühere beste Freundin. Wer ist das? Aus der Kindheit. Stina. Wir haben uns halt, weil sie weggezogen war, dann aus den Augen verloren. Und, ähm, also meine Schwester weiß, dass ich sie immer mal wieder gesucht habe, so in den sozialen Netzwerken. Ähm, aber ich konnte sie halt nicht finden. Nicht gefangen. Was hat euch verbunden? Oder, oder wie war die Zeit mit ihr? Wir waren halt wie Schwestern, also die ist bei mir ein und ausgegangen, als würde sie zur Familie gehören und, ähm, ich bei ihrer Familie ganz genauso. Also ihre Mama war so, also ihre Mama war so wie meine zweite Mama. Ähm, und, ja, wir waren halt wie, als würde sie zu uns dazugehören, als wäre sie auch eine Schwester bei uns. Also ich habe Stina kennengelernt, da war ich, glaube ich, drei. Und ich verbinde halt so die ganze Kindheit auch mit ihr. Denkst du öfters an sie? Ja, immer wieder. Ja, weil das so die erste beste Freundin war und das halt auch über so einen langen Zeitraum war. Ja. Wie war sie damals? Was war das für ein Mädchen? Ähm, sehr offen. Ja. Und sehr, sehr liebevoll und, und herzensgut. Und, ähm, wir haben immer wahnsinnig viel Spaß miteinander gehabt. Das hört sich nach einer großartigen besten Freundin an. Und du hast sie seitdem nie wieder gesehen? Mhm. Dann guck mal da. Das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass Michelle, ähm, uns das ermöglicht hat, dass wir uns wiedersehen, bedeutet mir wahnsinnig viel. Es sind sehr viele Glücksgefühle und alles sehr überwältigend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, die Überraschung ist genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vivi ist einfach der Inbegriff meiner Kindheit und das jetzt wiederzubekommen, das ist einfach so, ja, schön. Okay Mädels, ich glaube, ich bin komplett überflüssig an der Stelle. Ich freue mich total. Ich freue mich sehr für euch. Also danke. Ihr niest es einfach. Macht da weiter, wo ihr damals aufgehört habt, okay? Alles Gute für euch. Dankeschön. Oh Gott, das ist schön. Ja, hier im Haus am Meer laufen Lebenslinien zusammen und nehmen eine ganz neue Richtung. Wie toll, wenn wir dabei helfen können und wie schön, wenn die Menschen diese Momente mit uns teilen. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die nächsten Geschichten mit neuen Gästen hier im Haus am Meer. Okay. Ja.